herzlich willkommen bei mars spielt heute an den eingabegeräten für euch mars es ist montag nachmittag wir spielen wieder ab und im prinzip machen wir auch da weiter wo wir am letzten mal aufgehört haben ich bin die woche über jetzt nicht dazu gekommen irgendwas weiter zu machen das heißt ich war hier gerade noch ein bisschen unterwegs bei unseren freunden bei denen wir piraterie betrieben haben und mein fachtraum ist gerade wieder voll das heißt jetzt geht es wieder zur zum mörder verstecken also da ist das zentrum wo ich mich eigentlich gerade aufhalten sollte aber hier bei dieser fraktion bin ich gerade ein bisschen dabei die für ein paar ressourcen im sinne von credits und komponenten für bessere waffen auszubeuten ja und da wollte ich jetzt dann diese episode gucken dass ich da wollte ich jetzt diese episode gucken dass ich mal an bessere waffen rankomme und hoffe dass ich dann in der zwischenzeit schon genügend baumaterialien gesammelt habe um mir da ein paar schöne neue gausskanonen besorgen zu können so wir verkaufen kein mensch braucht carbon leider brauche ich auch nicht kupfer brauche ich ein bisschen was für die real ganz ich brauche keine energiezellen insbesondere keine 30.000 so dass ein bisschen was wert das behalten wir hochdruck brauchen brauche ich in der tat auch hoffe kein stickstoff ich brauche kein erz findet keine wachs mehr und einen captain hat level 5 erreicht cool das brauche ich nicht plasma zellen brauche ich nicht plastik brauche ich nicht halbleiter brauche ich nicht silber brauche ich nicht stahl fassungssysteme fahrzeug 55 fahrzeuge eingesammelt die jeweils ungefähr 20.000 vier wert sind das heißt der vierfache wert da könnte ein bisschen geld bei rumkommen so alles rein waschen habe ich das auch geld für die zieler fassungssysteme zum beispiel reicht schon mal nicht ja msira 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 ach wie auch immer ich und namen da bist du weiter gekommen in deinem spiel kannst du schon ein paar schiffe bauen der händler ist wieder stahl das ist gut der sollte ja ein bisschen geld zurück bringen dann reicht es hoffentlich um die rein zu waschen jawohl das war der große plan kann ich denn direkt sagen waffen noch verkaufen das wäre ideal servus und stahl die brauche ich für meine waffen gut dann sollte das jetzt erstmal gewesen sein mit die rat spiel nein wir wollen das sind zwar möchte ich irgendwo hin wo es waffen fabriken das wäre zum beispiel hier ist ja schon nicht mehr lange hin dann haben wir weihnachten da ist dann in der tat die frage ob ich nächste woche montag noch den stream mache oder nicht weil ich ja auch so ein bisschen in der republik umher fahre und familie besuche und so weiter mal sehen ob ich mein weg wieder zurück nach hause für zwischendrin so und dann kann ich ja prinzipiell wenn mein flaggschiff wieder zurück ist die ganzen sachen verkaufen die ich da an bord habe und nicht für meine waffen brauchen dann sollte ich ordentlich geld haben dann kann ich erstmal die stahlfabrik bauen die hier der noch fehlt für meine erste produktions kette im innern der barriere ja ach so habe ich euch eigentlich schon den finalen stand meines neuen flaggschirms gezeigt ich glaube letzte episode war noch nicht fertig war noch irgendwie hier dieser zwischenstand nicht wahr den kennt so und den habe ich jetzt komplettiert genau das habe ich die letzte woche gemacht also insgesamt sind das glaube ich acht stunden designarbeit die ich hier rein gesteckt habe nicht mich da noch richtig erinnere und ich finde jetzt sieht das ding schon ganz angenehm aus genau habe ich frontal den hangar oben und unten jeweils sechs torpedoslots und dann habe ich noch hinten links und rechts auch im hangar dran ja und der preis wie man sieht der ist auch nicht ohne aber ich habe also von den ressourcen fehlt mir eigentlich dieses xanion dafür mir zwei millionen da muss ich mal gucken wie ich an die relativ einfach rankommen vielleicht muss ich an so ziemlich jedem ressourcen depot einfach mal einkaufen gehen und da alles einkaufen was xanion heißt und das geld sollte eigentlich auch nicht mehr so weit entfernt sein dass ich mir das leisten kann ja und dann hat das schiff man das drei millionen hülle und fünf millionen schilde glaube ich gucken wir mal wo es die besten waffen für mich gibt muss ich mir vielleicht hier mal einen stift und etwas zu schreiben dass ich mir das notieren kann und ich verkehse ach so ich ich habe noch gar keine ausgezeichneten beziehungen mit den leuten hier ach das ist ja schade das bedeutet ja dass ich noch gar nicht die tollsten waffen von denen sehen kann genau die gelben fehlen noch wie fehlt denn da noch es fehlen noch 3000 okay aber wenn ich jetzt hier meine sachen verkaufe dann könnte das doch schon fast ach so theoretisch wie ich ja gerade noch mit sachen rum die gefährlich sind und ich habe gar keine lizenz damit umfliegen zu dürfen hier bei denen sollte man vielleicht sich so eine lizenz noch besorgen nicht dass sie böse mit mir werden so munitionen brauche ich nicht sprengladungen brauche ich nicht zielerfassungssysteme brauche ich auch nicht ach ich kann durch handel keine besseren beziehungen mehr bekommen das ist schade fahrzeuge brauche ich nicht aber er hat keinen platz mehr für zahlen zeneimittel bitteschön so dann haben wir gleich mal 19 millionen das ist doch schon mal gut gut das heißt als erstes wird dann die stahlfabrik gebaut und ausgestattet und ausgerüstet dann überlege ich wie ich noch an 3000 beziehungen rankommen ich hätte natürlich die gelegenheit nutzen können und hier die piraten bekämpfen das hätte garantiert beziehungs plus gegeben so 44 millionen sehr schön dann bauen wir jetzt die stahlfabrik so dafür müssen wir natürlich wie habe ich das hier aufgebaut kohle solarkraft erzmine wasser wo ist mein carbon da ist carbon also carbon und erzbraucher das ist also da das heißt dann muss das stahlschiff irgendwo hier hin fliegen stahlfabrik die richtige das hat er sich alles gemerkt das ist schön ja auf einmal geht es sehr schön so gleich mal upgraden es soll drei produktionslinien haben du holst von der kohle mine von der erzmine und vom carbonextraktor und verkaufst das erstmal für minus 20 wir müssen erstmal den leuten sagen dass es hier stahl gibt wir können es auch liefern ans reparatur doc das machen wir doch quasi mal warum steht da minus 12 war das nicht als ich geguckt habe dass das einen großen bedarf hatte dann brauchen wir crew zwar nicht zu knapp 25 reichen dafür und es gibt keine mechaniker hier für mich dann wird wohl mein schiff alpha mal von seinen etwas abgeben wir übertragen ein paar mechaniker bereichnen aber die level 1er möchte ich behaupten 28 stück weil ich nicht mehr haben wird wir sind ein bisschen über 100 prozent das heißt die können auch reparieren sehr gut was noch fehlt was er immer fehlt sind die docking ports so ein auf die seite ein auf die seite genau von oben können sie auch noch dürft ihr auch andocken hauptsache schön lange dass sie beim manövrieren nirgendwo anstoßen denn da kann es immer sein dass die sachen kaputt machen und dadurch die beziehung schlechter werden auch wenn die station still steht und die fraktion dagegen fliegt verliert man selbst dann die beziehungspunkte dazu wenn die zu blöde sind glaube ich hatte irgendeine station umgebaut zum jäger genau hier haben wir es doch bergbaujäger der soll die auch produzieren genau das heißt dann können wir ja schon mal die anderen bauer abbauer hierher holen dass sie sich auch schon mal einen so einen jäger abholen dass sie den selbst produzieren können so jeder holt einen ab und dann bleibt noch einer übrig für die zweite bauschleife was kosten die denn eigentlich auch so die hatten ordentlich millionen gekostet deswegen hatte ich da erstmal noch nicht mehr gebaut genau die kosten kaum ugonit aber credits ohne ende zweieinhalb millionen für 10 x 10 x 10 block jäger übertragen dann sagen wir dir dass du eine neue staffel bekommst was sind wir die mal zusammen aus der jene bestehen nicht mehr bauen da brauchst du auch nicht mehr bauen eigentlich brauchst du den auch nicht mehr bauen auch ist jetzt nur noch meine ungeniet bergbaujäger damit wir an dieses abo wir kommen nicht mal so der dreier ist hoffentlich mittlerweile angedockt du bekommst so einen nicht mehr bauen nicht mehr bauen und hier jetzt augenit bauen brauchen 29 minuten jetzt sollen die einfach mal so in dem system alles abgrasen dass sie nebenbei sich diese jäger bauen weil sie das ja nicht tun wenn man sie auf eine mission schickt genau so habe ich mir das so vorgestellt so du patrouillierst hier und du gehst ab ernten 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 da werde ich jetzt mal mein flagschiff mit in dieses system holen und da auch patrouillieren lassen in der hoffnung dass da relativ bald piraten oder was rein springen dass man noch ein paar bessere beziehungen erreichen kann denn durch handel geht es ja nicht mehr weiter habe ich festgestellt so auch du darfst so auch du darfst ab bauen gehen wo bist denn mein alfa da ist ein notruf kann man bei einem notruf auch vermutlich ne das wäre doch noch eine idee wir fliegen mal zu dem notruf obwohl da wieder die frage ist schaffe ich das na gut wir sind immer wieder mit es kommt hier mich mal mal los gucken wir mal auf person notruf beantworten können und ich muss so ein bisschen mein im auge behalten mein begleitschiff boah ähm da sind die schilder schon mal runter boah boah was zum eieieieiei ok diesen notruf kann ich nicht beantworten das bringt nichts so ich hoffe mir folgt mein schiff beten weiter ja ok aber es scheint nicht schnell genug zu sein wow ok es wird zeit als ich meinen flackstift habe mein neues denn das war jetzt echt viel zu schnell das hier die mir durch die schilde mit den ganzen tropedos ei 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 so dann setzen wir uns jetzt mal in beta rein hallo ich habe gesagt ich möchte mich in beta setzen hallo warum kann ich mich nicht in beta setzen hallo dummer mist so ein dreck das ärgert mich jetzt weil ich irgendwie im kopf habe dass ich das schiff hätte retten können wenn er mich da hätte reingelassen ich habe stahl verkauft ja stahlverblick läuft freude freude ach ich muss sie die waffen wieder aufsetzen online und bei beta wahrscheinlich auch ne beta hat noch ne beta hat noch ok dann können ja zumindest mal beta feinde angreifen bei alpha muss ich mal grad wieder schnell geschütztürme drauf setzen oder 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 Ach, die gehen auf meine Merkbauschiffe gerade. Oh, ich glaube, sie haben gar nicht drauf aufgepasst. Äh, Alpha geht auch mal an. Und ansonsten gehen die Abbauung. Die sind hier zerstört worden. Beta ist auch zerstört worden. Oha, oha. Das habe ich doch gerade erst wieder repariert. Ey. Wie viele Schiffe sind denn hier drin? Äh, okay. Okay. Gut. Alles, was hier hin, nur alles raus. So, was ist denn mit dir hier? Abbauschiff. Du stehst lieber rum, anstatt zu fliehen. Alter. Echt jetzt? Dein Ernst? Och. Also manchmal. Okay. Oh Mann, oh Mann. So, ist Alpha auch zurück? Alpha ist auch zurück. Gut. Das war eine hervorragende letzte 15 Minuten. Alles schief gegangen. Alles. Ich wollte doch zum Laborator drucken. Eigentlich wollte ich gerade gucken, wo ich die tollsten Gauss-Kanonen herkriege. Na gut, ich werde jetzt mal mit meinen zwei Schiffen die Abbauschiffe eskortieren. Ich hoffe, dass eine kleinere Flotte von Piraten reinspringt, dass ich die dann bekämpfen kann. Arzneiwahn bringen 6,8 Millionen Gewinn. Hohohoho. Gerne. Gerne, gerne, gerne. Oh, mein Inventar ist fast voll. Oh, das ist aber auch schön. Ein legendären Bergbauscanner. Also entweder muss ich mal relativ bald wieder zu einer Forschungsstation oder ich gründe eine Allianz. Dann habe ich ja auch gleich mal mehr. Nochmal 1000 Platz, den ich benutzen kann. Ja komm, hat ja gerade eh nichts zu tun. Kann ich ja eine Allianz gründen. Äh. Böö. Ah, da kommen schon mal Signale. Das ist gut. Das heißt, es dauert nicht mehr lange und dann springt hier irgendwas rein. Wie will ich das denn nennen hier? Ich bin gerade zu unkreativ. Beziehungsweise was mir einfällt, ist alles nicht jugendfrei. Hm. Hm. Sag doch mal einer was. Gib mal einer einen Tipp. Ich will jetzt nicht so was Einfaches wie Mars Allianz oder so machen. Also nennen wir das Ding jetzt einfach Erbseneintopf. Unsere Allianz heißt Erbseneintopf. So, dann befinde ich mich direkt mal mit ein paar Leuten im Krieg und mit ein paar nicht. Aber, jetzt habe ich hier nochmal 1000 frei. Hihi. Kann ich quasi alles dann rüberschieben, was ich möchte. So, dann kann man jetzt hier, also hat man erstmal so eine Übersicht natürlich, kann so eine Nachricht des Tages reinschreiben, sowas wie, äh, das wird dann jedem, der in der Allianz ist, wenn er sich einloggt, angezeigt. So, dann Mitgliederübersicht natürlich, dann die, äh, die Box von der Allianz. Kann man dann, also entweder als Lagernehmer oder zum Austausch von irgendwelchen Gegenständen. Man kann auch Rohstoffe da drin lagern, sieht man hier. So, dann können wir ein Allianz-Emblem designen. Und das kann man dann hin und her schieben und drehen und größer und kleiner machen. Und in der Farbe ändern. So, Käfer. Ne, Moment, ich wollte den so haben und dann ein zweites Symbol, einen Käfer. So, der Käfer soll grün sein. So, ein bisschen kleiner. Und mittig, genau. Und dann können wir noch unten... Na, was nehmen wir? Ah, irgendwas, was... Ach, schon wieder falsch gemacht. Erst aufs Neue klicken. Dann... Den nächsten auswählen. Wo ist er? Ich hatte ja auch gerade den schönen. Ja. Der muss natürlich gelb sein. Ganz eindeutig. Und der kommt dahin. Dann könnte man noch ein Hintergrundbild machen, wenn man möchte. Oder so ein Hintergrunddesign. Kann ich ihm auch sagen, dass der jetzt nicht im Vordergrund sein soll? Nicht so ganz, ne? So, dann haben wir jetzt ja ein tiefes Blau. Aber es wäre mir lieber, wenn es im Hintergrund wäre. Aber das geht jetzt hier nicht. Da muss ich... Quasi... Schade. Ich will das jetzt aber nicht neu machen. Gut. So macht man sich also... Dann Embleme anwenden. Auch jetzt. Und schon hat die Allianz ein Emblem. So, da hat die Allianz natürlich auch eigene Beziehungen. Zu den gewissen Fraktionen hier. Und man kann auch seine Schiffe dann der Flotte übergeben. Und alles, was man dann in einem Allianzschiff macht, wird entsprechend der Allianz dann zugeschrieben. Also wenn man dann in einem Allianzschiff Krieg anfängt, dann kriegt man Krieg mit der Rasse als Allianz und nicht als persönlicher Spieler. Ja, und dann kann man hier für verschiedene Ränge dann einstellen, was die dürfen und was sie nicht dürfen. Ob sie in die Alli-Kasse einzahlen dürfen, ob sie da Sachen rausnehmen dürfen, also sagen. Genau. So. Haben wir eine Allianz gegründet. Faszinierend. Genau. Wir brauchen jetzt Piraten, die hier reinspringen. Ganz einfach. Und dann hoffe ich, dass ich da 3000 Beziehungspunkte kriege, wenn ich denen helfe. Denn die haben ja keinen Krieg mit irgendeiner anderen Fraktion hier, ne? Wenn ich mich da recht erinnere. Das ist die Kirche, das ist die Kirche. Ne, das ist das Dominion. Aber die sind so weit auseinander, dass sie sich nicht in die Quere kommen. Das kann man nämlich auch manchmal machen, dass man sich einfach in so ein Randsystem setzt, wo zwei Fraktionen quasi eine Grenze miteinander haben. Und manchmal passiert es dann, dass sie sich gegenseitig angreifen. Und dann kann man Partei ergreifen. Und dann gibt es richtig Bonus in den Beziehungen. Wenn man da so einen Kreuzer von einer anderen Fraktion zerlegt oder so. Das freut die dann richtig. Aber. Diesen Komfort habe ich hier gerade nicht bei diesem Spiel. So. So, geringere Verbesserung durch Handel. Piraten, Piraten, Piraten. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Jawohl, schon mal Schaden gemacht. Das ist gut. Das freut die Leute dann, die hier ansässig sind. Und ich glaube, wenn man zerstört ein Schiff, dann erst recht. So. Um 670 verbessert. Ach, treffe ich gerade wieder nicht. Um 2000 nochmal verbessert. Reicht's? Reicht's? Jawohl. Es reicht. Wir haben ausgezeichnete Beziehungen. Das war das Ziel. Das haben wir jetzt geschafft. Das heißt, jetzt können wir mal gucken gehen, was für schöne Waffen, die uns anbieten. So, dann fliegen wir jetzt mal die Waffenfabriken ab. Von denen. Und gucken mal, was da so die besten Gausskanonen sind, die wir anbieten können. So, Waffenfabrik. Geschütztürme bauen. So, und jetzt sieht man hier bei Seltenheit, jetzt sind auch die gelben freigeschaltet. Dreifach Railgun. So, wenn man die Servus erhöht, wird die Feuerwarte besser. Was eigentlich doch auch den Schaden pro Sekunde erhöhen sollte, oder nicht? Bin ich gerade völlig daneben. Wenn man öfter pro Sekunde schießen kann? Hm. Gut, dann lassen wir das mal. So, elektromagnetische Ladung machen auf jeden Fall. Oh, ja. Den Schaden hoch. So, Elektromagneten machen die Reichweite hoch. Aber über 20 Kilometer ist eigentlich schon ausreichend. So, die Gausslaufschienen machen auch nochmal ordentlich. Hohoho. Und die Hochdruckröhren machen auch nochmal die Reichweite. Das brauche ich nicht. Also, das Ding sieht schon mal ziemlich gut aus. Das sieht ziemlich gut aus. Also, was haben wir hier? 10.500 DPS. Achso. Was eigentlich interessanter wäre, wäre der DPS pro Slot. Also, Hälfte davon dann. Das schreibe ich also hin. 2 Slots. Dann kann ich mir das auch selbst ausrechnen zur Not. Und das sind 20 Kilometer mit 9 Höhlen-Durchdringung. Das sieht schon echt gut aus. So, das kann ich mir mal direkt im Logbuch einspeichern. Genau. Gleich bei der ersten Fabrik ein richtig schön, schön gefunden. Die haben hier eine Koaxial-Railgun. Oha. So, was war das? Die elektromagnetischen Ladungen und die Gausslaufschienen. Also, der hat einen höheren DPS, aber er hat auch mehr Slots. Und außerdem ist er koaxial. Das heißt, er kann sich nicht drehen. Ich müsste immer das Schiff dahin drehen. Den will ich eigentlich nicht machen. Und er hat einen schlechteren DPS-Wert. Aber Schaden sieht schon nett aus. So 19.000 einfach mal. Mit einem Schuss. Das ist angenehm. So. Dann dahin. Aber eigentlich ist es denn wirklich so, das Richtige, sich jetzt nach dem DPS-Wert zu orientieren. Denn eigentlich ist ja im Idealfall so, ich schieße eine Salve auf dem Schiff, dann ist das weg. Und dann richte ich mich zum nächsten Schiff aus. Das heißt, die Feuerrate sollte mir eigentlich relativ egal sein, oder? Und damit eben entsprechend auch der DPS-Wert. Einfach so Schaden pro Slot. Das wäre, glaube ich, der, wo ich am ehesten... Ja, das klingt eigentlich gar nicht so verkehrt. Dass ich mehr auf Schaden pro Slot gucke. Nicht auf Schaden pro Sekunde. Der hat auch immer schon mal schlechteren DPS pro Slot. Und zwar deutlich. So, der macht 11.000 auf 5 Slots. Das heißt, äh, 2.200. 2.200. So, was hat er von der Reichweite? Auch 20. Aber nur 6 Hüllendurchdringungen. Klingt erstmal schon mal alles schlechter. Und wir sind in 68 Minus 4. So, nächster. Dort. Ich bin hier schon wieder mitten im Assoidenfeld. Oh, Elmwind. Guter Einwand. Richtig, richtig. Es gibt auch manchmal die, äh, die seltenen, die mehr haben. Richtig. Das habe ich schon wieder vergessen. Danke für den Tipp. Die sollte man sich quasi auch noch angucken. So. Na gut, dann machen wir das jetzt einmal richtig. Oh Gott, der macht ja gar keinen Schaden. Den kann ich ja gleich mal ignorieren. Und eher selten. Ja, genau. Hier hat man zum Beispiel so. Der macht mehr Schaden als der. Außergewöhnliche. So, der hat ja schon mal nur 4 Blöcke Durchdringung. Aber ist Antimaterie. Okay, das kann nix. Der kann gar nix. Der kann gar nix. Und der kann auch nicht viel mehr. Okay. Okay. So, da waren wir, da waren wir. Da können wir natürlich einen zu kurz springen. Um da mit einem Sprung hinzukommen. Wie üblich. So, mal ein Mana, das fehlt. Ein Lebenspunkt zu viel. Oder eine Sprungreichweite zu wenig. Jedes Mal. Ich gehe beim Waffenbau zur Zeit nach dem Preis der Waffen. Zeigt am schnellsten, ob es sich lohnt, die Waffe anzugucken. Echt? Ist das ein guter Indikator? Habe ich noch nie drauf geachtet. Ah, okay. Also der kostet im Rohzustand schon mal 4 Millionen. Kann ja, während ich hier gucke, versuchen die Piraten zu besiegen. Genau, also der kostet 2,8 Euro im Rohzustand und der kostet 4,3 Euro. Gucken wir doch mal, ob wir das als Indikator wirklich gut verwenden können. So, da macht ein DPS von 1,6. Da war das ja quasi schon drüber, oder? Nee, nee, nee. Bleibt da sogar drunter. Okay, nicht, dass es trotzdem beide schlecht. So, in welche Kurve fliegen wir jetzt? Von da nach da. Schaffst du das in einen? Und dann, äh, Ellenwind, arbeitest du dann mit irgendeinem Grenzwert, ab dem du dir die Waffe überhaupt erst anguckst? Oder... Wie machst du das dann? 2 Millionen. 5 Millionen. Gut, gucken wir uns den 5 Millionen nochmal an. Das ist einfach viel weniger, ne? So, jetzt habe ich hier auch nochmal 2 Slot. So wie meinen ersten. Da hatte ich aber eine Feuerrate. Ah, ich kann mich nicht mehr erinnern, aber ich glaube auch, dass es irgendwo bei 0,5 war. Das heißt, ich habe dann da wahrscheinlich den 5-fachen Schadenswert gehabt. Ey, das wäre ja heftig. Das wäre ja richtig heftig. Achso, Hammer. Zur Kontrolle. Gerade nochmal hier. Oh Gott, der hat ja richtig schlechte Werte. Alles klar, alles klar. 17 Millionen. Ja. Schon mal im Rohzustand. Okay. Ja, okay, da kommt nix bei rum. Aha. Aha. Die nutze ich mir einfach mal. Für einen späteren Vergleich. Also, wir haben eine DPS von... Ne, erst mal 18k auf 5 Slots hat er. So. Und er hat ein DPS von 8.2. Aber nur vier Blöcke Durchdringung. Merken. Was ist das? 65,3. Scheiße. Setzt du dir die Pläne in die Missionen? Ja, den ersten, den ich gefunden habe. Mit den 10.000 DPS. Den habe ich mir da reingesetzt. Äh, ne. Da. Okay, einer davon ist noch von außerhalb der Barriere. Ich vermute der untere. Ja. Weil der hier mehr... Oder? Und wenn ich hier rein mache, sehe ich doch die Nummer. Genau. Und das ist... Okay, der ist der Richtige. Der ist der Falsche. Weg. Habe ich gerade geschossen? Ich hoffe nicht. Oh, hier gibt es sogar eine Falschungsstation. Könnte ich ja theoretisch noch ein paar Sachen loswerden. 6 Millionen. Nein, der wird nix. 5 Millionen. Der wird auch nix. Gut. Machen wir noch einen. Eine Million. Wow. Kommt auch richtig was zusammen hier. 2 Millionen. Kommt auch nicht wirklich was bei rum. Okay. Ich habe mir notiert, dass der 18k gemacht hatte. Oh, 5 Slots. Jetzt möchte ich in der Tat hier bei dem gucken. Was der für eine Salve hatte. Ah, Moment. Hier steht 45 Millionen. Da sind 11 Millionen. Ha, ha, ha. Ja, genau. Also der hat ein 18k. 18.000 auf 2 Slots. Das ist also auf jeden Fall der bessere. Den will ich haben. Den will ich haben. Aber wenn eine so eine Railgun 46 Millionen kostet, dann kann ich jetzt noch gar nicht anfangen, hier loszulegen. Da brauche ich ja echt noch ordentlich, ordentlich Kredits. Was bedeutet, dass ich eigentlich noch ein bisschen mehr Pirat spielen muss. Und wenn ich das mache, kriege ich eh noch ein paar Gauss-Kanonen dazu. 45 Millionen. Das würde also theoretisch gerade so für einen reichen. Aber das wäre doch schon mal schön. Weil die jetzigen 8 Railguns, die ich vorne drauf sitzen habe, haben zusammen bisher maximal irgendwie 13.000 Schaden gemacht mit einer Salve. Und wenn ich jetzt schon eine Waffe habe, die das alleine schafft. Das heißt, dann ist die 8 mal so gut, ne? Grob über den Daumen gepeilt. Ich glaube nicht, dass ich die Feuerrate hoch machen will. Oder? Was mich halt wundert ist, dass der hier sagt, dass der DPS nicht größer wird. Und sehr verwunderlich. Gut, also mehr Reichweite brauche ich auf jeden Fall nicht. Kriege ich eh nicht hin, da gescheit zu zielen auf die Entfernung. Bauen. Wo ist mein Flaggschiff? Jetzt ist hier Party. So, die ist auch mein Favorit jetzt. Ganz eindeutig. So, das heißt, wir nehmen eine normale Weg. Ja, das ist schon ein Unterschied, oder? Ganz kleiner Unterschied. Ganz, ganz kleiner Unterschied. So, jetzt brauche ich ein Opfer. Jetzt brauche ich noch ein Opfer. 51.000. Ist da gerade kurz irgendwo aufgepoppt. Oder hat sich aber schnell überhitzt, der... Turm. Stand da nicht irgendwas von neun kontinuierliche Schüsse. Das waren jetzt eher drei. Hm. Hm. Aber einfach mal 51.000 Schaden an einem Stein gemacht. Mit einem Schuss. Gefällt mir. Mag ich. Aber das ist auch schon mal schön. Dass ich jetzt meine Waffe gefunden habe. Die ich haben will. Und die auch das macht, was sie soll. Nämlich ordentlich Schaden. Und jetzt brauche ich nur 500 Millionen Credits. Damit ich mir... ...noch neun davon kaufen kann. Ah, ist ja easy. So, ich habe ja festgestellt, ich brauche ganz viel Xanion, um mein Flaggschiff zu bauen. Ja. Gut, dann muss ich in der Tat jetzt... ...schnell an Fehlcredits kommen. Ich könnte natürlich auch überlegen. Jetzt wo ich meine... ...Produktionslinie... ...hier habe. Bis Stahl. Dass ich mir jetzt irgendwas ausgucke, was ich aus dem Stahl jetzt mache. Irgendwas, was viel wert ist. Reis... ...Früchtig, Würze, Wasser, Weizen, Biogas, Carbon... ...nein, nein, nein, nein... ...Arznei-Waren ist so das erste, was ich hier jetzt sehe, was ein bisschen teurer ist. Und was hohen Bedarf hat. Beziehungsweise hohen Preis. ...Fusionsgeneratoren... ...Bergbau-Roboter... ...Anti-Graf-Einheiten. Okay. Da muss ich mir mal ein paar Gedanken machen. Dass da... ...irgendwie jetzt ordentlich Credits reinkommen. So eine halbe Milliarde ist schon echt nicht wenig. Muss ich mal gucken. Muss ich mal gucken. Gut. Also ich bin jetzt erstmal ein bisschen in der Republik unterwegs. Ich weiß nicht, ob ich nächsten Montag... ...wieder zurück bin. Einen kurzen Stopp wieder zu Hause mache. Vor Weihnachten. Also eventuell nächsten Montag... ...keine... ...Ähm... ...keine Episode. Dann sieht man sich dann erst im nächsten Jahr wieder. Ja. Gut. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt raus hier.